Zunächst entfernen wir das Tablet-Teil Geht alles schief, bleibt wenigstens das noch heil Dann entriegeln wir die Clips der Tastatur Man fragt sich, wo sind die nur? Wo sind die nur? Nun drehen wir um 90 Grad am Flachband-Kabelclip Die Tastatur kann ab, oh, was für ein großes Glück Dasselbe tun wir mit dem Clickpatch-Körper Vorsichtig sein, Körgut wär schade Jetzt legen wir die Dockingstation auf den Baum Und ziehen alle Gummineppel der Schrauben raus Die Schrauben entpuppen sich Als zwei verschiedene Typen Einmal Silber, einmal Schwarz Wie tun sie alle lösen? Als dann lösen wir die Clips der Gehäuse teilen Vorsichtig hinten, wir haben keine Eiler Das haben wir Festplatte und Akku-Jaggen Man tauscht, was man will Und dann lässt es dabei Ja, man 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 lässt es dabei